Uns Nazis zu nennen, damit haben diese kinderfickenden Nazis gar kein Problem. Uns jeden Tag auszurauben, in jedem Molekül in dieser Tasse, schenken ja 80% Steuern und Abgaben und Versicherungen. In jeden und jede Sekunde. Ist ja nicht so, als ob die da irgendwie eine Pause machen. Und das muss ja jeder Sklave bezahlen. Und dann sind wir natürlich für diese Nazis auch noch Nazis. Für dieses kinderficker Nazi-Vieh. Die nennen sich ja auch nicht mehr Kinderficker, Nazis und Räuberdiebe und Baditen. Die nennen das ja Steuern. Rauben, Morden, Vergewaltigen und Kinder ficken. Das ist natürlich Steuern. Das ist ganz klar. Und das muss auch jeder Sklave machen. Weil du es nicht, kriegst du den da wieder. Und dann nennen die das noch Freiheit, diese Nazis. Und dann schwört noch jeder von diesen Opernazis, die sich Justiz nennt, einen privaten Eid, auf die Bar-Assoziation der Rothschilds in London. Jeder, ich wiederhole jeder, da gibt es keine Ausnahme. Die Ausnahme ist genau 0%. Und dann wollen sie uns noch verurteilen, diese Kinderficker-Nazis. Und sagen, das ist ja aber die große Freiheit. Und wenn du es nicht gefällt, dann kannst du gehen. Nee, ich will, dass ihr geht. Und dass ihr diesen Job nicht mehr ausführt. Ihr seid keine Richter mehr, keine Staatsanwälte. Ihr seid nur des Sklavenhalters treues Vieh. Und ihr habt abgegessen. Ihr macht das schon über 300 Jahre lang. Fickt euch, ihr Kinderficker. Und Altparteien, Kinderficker-Fee. In jedem Molekül. Das sind ja Milliarden, Trilliarden, Trillionen Prozent. Das kann ich ja gar nicht ausrechnen. Beim Kaiser 10%. 10 durch 365 ist 0,054% am Tag. Bei der Hanse 20%. Da war auch die Krankenkasse mit dabei. Das ist 0,054% am Tag. Oder wenn du die Kohle ausgegeben hattest, da war es eben eine echte Null. Nicht bloß 0,054. Und jetzt haben diese Drecksviecher die Macht übernommen. Nennen sich jetzt eine Partei, diese Kinderficker. Naja, und Gesetze haben wir natürlich römische. Das ist ja die vom Vatikan. Für uns, die Sklaven. Das ist ja die S私 mehr. Also, da war es mit ihr.